herzlich willkommen von womadventure ja wir sind immer noch in der hisma wüste die letzten tage und geniessen natürlich dieses wunderbare wüstenlandschaften und dann geht es raus noch mal tanken saudische diesel stink billig insgesamt 600 liter nehme ich dann mit nach jordanien an der grenze selber ging das relativ einfach keine wollte ins fahrzeug sehen ein paar dinge sind zu erledigen und dann geht es schon weiter in jordan hinein zuerst mal nach aqua da schauen wir uns eine burg an und danach geht es weiter ins war die rum wo wir ja dann im nächsten videos einiges mehr sehen ok viel spaß beim schauen jetzt geht es weiter nur für schlanke menschen schlank bleiben ist natürlich hier bei diesen felsen so ihr kunden die gegend zutritt nur für schlanke menschen so sieht es auf der anderen seite aus das ist eine geile spalte man kommt da etwa 30 meter noch durch so wir fahren wieder raus aus dieser wunderbaren ich sag mal schlucht mal die schlucht tja der sebastian er könnte es einfach haben aber mal die düne runter ich hoffe er bremst nicht sonst muss er gas geben sonst überholt ihn das heck aber geht die sie also ich bin ja schon unten es blüht wieder alles alles voll blumen ach ist das schön wir probieren mal eine fahrt in so eine canyon jetzt wer weiß ob es da weiter geht manchmal hat es ja einen durchgang manchmal auch nicht und wieder hat uns eine mächtige spalte erwartet hier es ist so unglaublich wir sind wieder ein vadium erkunden wieder so eine spalte und das sieht ja mal geil aus mit diesen steinen hoffentlich dass jetzt eine runter kommt also hier geht es auch etwa 100 meter hinein wir haben jetzt schon 180 kilometer sandfahrt hinter uns in dieser fantastischen landschaft wo die blumen jetzt sogar blühen es hat hier gehagelt habe ich gehört vor drei vier wochen eine schöne rote düne vor uns mal schauen ob wir hoch kommen kein zu steil zu sein also ich bin oben auch mit diesem koloss wenn auch nicht ganz die steile strecke aber trotzdem es war knapp aber ich bin da oben jetzt geht es wieder runter ja es gibt einfache wege es gibt ein bisschen schwierige aber er will ein bisschen sand fahren da 20 kilometer weiter piste piste ja wir fahren immer ein bisschen so neben pisten kleine pisten zwischen diesen felsen da gibt es so viele möglichkeiten das war eine schnelle fahrt auf dem ausgetrockneten see das ist mal eine landschaft und hier sind wir bei der nächsten sehen würdigkeit der stone arch ja das kommt davon wenn man kein englisch kann eine riesen bogenbrücke ich schätze mal 30 40 meter hoch vom Boden nach oben und ein durchmesser von 30 40 meter ebenfalls wahnsinn aber dritter versuch so schwierig hier oben hier oben ist So, jetzt schaut es gut aus, jetzt hat er es geschafft, der hochgehoppelt, oh man, es war jetzt gegen Licht, aber anders ging es nicht. So, oben angekommen, das war ein Hoppelritt bis hinauf auf die Düne. Ja nun, Schlafplatz gefunden vor dieser Kulisse, mit Elli Sebastian als Nachbarn und dem schönen Ausblick in dieses Tal. Wir stehen hier in dieser schönen Landschaft und dann ist mal wieder trotz alledem die Outdoor-Werkstatt notwendig, so sieht das aus. Und das gleiche auch bei unseren Nachbarn, auch bei Sebastian Elli ist immer mal was zu tun. Ja, so ein Camper, der will halt gewartet werden. Also, wenn man ein bisschen einfach mal wieder nachguckt, ob alles gut ist, findet man immer etwas. Und bei mir ist, wie auch beim Sebastian, der obere Federbock durch, der ist nicht mehr im Zentrum, ihr seht es, das Gummilager, gibt es aber nicht einzeln, kostet in Deutschland 60 Euro. Jetzt kommt die Blattfeder einfach unten an den Halter an und die Schraube dahinter habe ich abgeflext, weil die hat am Rahmen gestreift. Es ist jetzt nicht weiter schlimm, gibt vielleicht leichte Geräusche, sonst passiert da nichts. Der Federbock oben muss sowieso ersetzt werden, ja. Passieren halt immer wieder mal Dinge. Heute ist Tag 9 in der Giesmar-Wüste und jetzt haben wir noch ein paar Tage. Jetzt haben wir gerade mal Kies und den Rollen, das ist jetzt was anderes, aber wir sind weiter am Morgen auf der letzten Strecke durch diese Wüste. Bis zum nächsten Mal. Wenn der Hund schneller ist als das Fahrzeug, dann ist der Untergrund schwierig. So, wir fahren langsam raus aus der Hisma-Wüste, haben uns aber noch eine schwierige Route rausgesucht. Jetzt kommt eine der schwierigen Strecken am Rand der Sanddüne entlang mit Schräglage und Bergabfahrt. Da geht es mal runter, die Düne. Immer aufpassen, dass einen der Hintern nicht überholt bei solchen Steigungen. Im Zweifel Gas geben, habe ich gelernt. Die Landschaft ist ja schön, aber die Dünen sind dann noch ein bisschen höher hier. So, jetzt schaukeln wir mal ins Gemüse, weil die Dünen, die bei uns viel zu hoch ist, nicht zu schaffen. Selbst Sebastian hat sie geschafft und das ist hier jetzt ein Schaukeln und Schwimmen durch den Sand. Aber natürlich tolle Landschaft, also wenn man es noch genießen kann. Die Beifahrerinnen jedenfalls ganz genießen. Ich möchte, dass diese Dünen nur bis dahin gehen. Ja. Nur man kann da hinten wenigstens. Ist das ein geiler Stein da vorne? Wie vom Steinbrück abgeschnitten ist sie da rausgefallen. Wir nähern uns so langsam an dem Ende der Wüstentour. Es sind glaube noch 5 oder 10 Kilometer. Und es war wirklich schön. Wir sind glaube 8 Nächte drin geblieben. Also wir sind über 240 Kilometer in der Wüste rumgefahren. Den grössten Teil allein und dann mit Sebastian und Eli. Und bei Weichsand bin ich mit dem Druck runter vorne auf 0,8 sogar. Und hinten, was war ich da? 1,5. Also mit meinem Gewicht ist das sehr wenig. Aber man merkt eigentlich den Unterschied zwischen 1 oder 1,8. Und 2 Bar oder 2,5 merkt man also extrem. Auf die Düne und dann gleich wieder runter ins Tal. Boah, da war das Eck jetzt drin. So, einer der letzten roten Sanddünnen, wo wir gerade runterfahren. Wie man hier sieht, nicht alle schaffen es wieder raus aus der Wüste. Der ist dann wohl abgebrannt. Da vorne ist die Hauptstrasse. Unsere neuen Freunde warten schon auf uns. Und jetzt geht es wieder raus. Camel Crossing nennt sich das hier. So, gerade an der Tankstelle, letztes Mal günstig tanken in Saudi-Arabien. Und ein Sturm kommt auch noch zusätzlich. Ja, ich habe jetzt ganz viel getankt. Muss man ausrechnen. So, die ersten Meter wieder mal auf Strasse seit über einer Woche. Und ich habe eine Tonne mehr. 500 Liter Wasser und 600 Liter Diesel. Das ist mal eine Nummer. Ja, getankt habe ich 420 Liter. Für sage und schreibe 80 Euro. Davon könnt ihr in Deutschland, durch Schweiz, Österreich und so weiter. Wo wir auch immer alle Seiten nur träumen. Ja, insgesamt also 600 Liter dabei. 180 hatte ich noch im Tank. So wird hier das Wasser geliefert. Wir sind auf dem Weg Richtung Jordanien und nähern uns jetzt dem Meer. Wir nähern uns langsam der Saudi-Grenze, unserer letzten Meter in Saudi-Arabien. So, das Tor geht auf und wir fahren raus aus Saudi-Arabien. Wir waren jetzt fast drei Monate hier. Ein bisschen wehmütig. Uh, surig. Aber wir freuen uns auf Jordanien. Also, wir stehen hier an der Grenze, aber so alte Araber sind wahrscheinlich sehr verdächtig. Die waren nämlich ganz lang. Wir müssen alles aufpacken. Und da kommt immer mehr raus aus dem Auto. Und dem René heißt jetzt natürlich warten, warten. Für die Jordanien-Einreise braucht es eine Versicherung für das Auto. Die kostet so 100 Euro. Im United Insurance Büro diesen Container. Bei Zayn holen wir uns auch gleich eine SIM-Karte. Gibt es direkt hier an der Grenze. Für etwas günstiger als in Saudi-Arabien. Willst du noch die Gesäfrau zahlen? Gehe ich dann, ja. So, nochmal zur Autoversicherung. Die gehostet 100 Dinar. Ja, wir sind über die Grenze gefahren und jetzt in Jordanien. Wir sind ja hier in Agava gelandet. Bei angenehmen 22 Grad. Und besichtigen jetzt dieses Fort hier. Ja, unterdessen sind wir in Jordanien eingereist. Und sind in Agpadawa. Und schauen uns noch das wenige Fort an. Oh, jetzt ist gerade jemand umgefallen. So, Angie beim Sightseeing. Die macht das noch intensiver hier als wir. Da ist mal Besichtigung auch mit Hund möglich. Die dürfen mit rein. Wo geht es da hin? Viele kleine Gänge. Ich brauche wieder mal Schuhe für mich. Und die Hunde dürfen hier in Jordanien rein. Bei diesem netten Herrn. Wir sind jetzt rausgefahren aus Agava. Es waren drei, vier Nächte in der Stadt. Und jetzt geht es zum Wadi Ram hinein. Wieder mal eine Wüstenlandschaft. Und wie ihr hier seht, ist eine Steinlandschaft riesig. Eigentlich nur ein Haufen Steine. Der Wald fällt wieder mal. Der ist vermutlich seit Jahrtausenden nicht mehr da. Also auf dem Weg zur Wadi Ram sind wir hier gelandet. In einem Checkpoint. Aber irgendwie dachten wir hier Border. Kann es nicht sein. Aber hier ist kein Border. Customer Checkpoint. We don't know. Nein, Border. Border. Hier ist Jordanien. 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 Inside Jordanien ist ein Custom. Okay. Also hier gibt es irgendwie so was wie ein Checkpoint innerhalb der Grenzen. Zollabfertigung. Komischerweise. Einfach mitten im Land. Aber gut. Wir machen halt mit. Die Leute da drüben, die mussten ihr ganzes Gepäck rausnehmen. Aus dem Bus. Tja. Wusste ich jetzt auch nicht. Ein Customer. Also Zoll oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Zollabfertigung mitten im Land. Mitten im Land wollten sie nochmal kontrollieren. Gleich am Anfang vom Wadi Rum steht hier diese Eisenbahn von 1960. Strecke Türkei, Syrien, Jordanien, Israel und auch für die Hatsch nach Mekka wurde dieser Zug benutzt und ist manchmal noch im Betrieb, allerdings dann für Touristen. Der Freundliche Herr lässt mich jetzt mal in die Lokomotive hinein. Tja, das ist schon interessant. Das ist jetzt hier wohl die zweite Klasse und das ist wohl die dritte Klasse, Holzklasse. Aber es gibt auch eine erste Klasse. Und wer diesen Zug fahren will, soweit ich weiss, Samstag und immer am Donnerstag um 3 Uhr nachmittags, muss den im Jordan Pass vorher buchen. Dann kostet er nur 10 ca. Jordan Dinar. So, das war es wieder von mir. Danke habt ihr reingeschaut und wir sehen uns schon bald wieder. Okay. Yann